Ich hatte Puppe knapp über die Torlinie, aber das war Tor. Ja, der Schwäger war ja draußen. Ja, aber man kann nicht das beobachten, glaube ich. Das ist nur über die Torlinie. Ja, und dafür haben wir zehn Minuten gebraucht, um zu diskutieren. Und vier Schiris. Und vier Schiris. Nein, das hat noch beobachtet, wenn das war über die Torlinie oder nicht. Und das hat er gesagt. Es war knapp über die Torlinie, aber es war Tor. Was hast du gemakert? Nein, es war Eis nicht. Für meine Gefühl, wenn wir reden über 60 Minuten, war es besser eigentlich in jede Situation, in jede Eisfläcke am Eis. Okay, wir hatten ein paar Play-Chancen gehabt im ersten Drittel, aber wenn man nicht nützend ist, dann gehen wir in die Führung. Und da gibt es keine Ausrede. Das war besser um alle Punkte, finde ich. Man hat bei euch heute gemerkt, dass der Spielrhythmus etwas verloren gegangen ist. War das vielleicht der Grund? Nein, aber das war zwei Mannschaften. Und das Spielrhythmus von Anfang an. Und das war besser im Spiel. Vor allem, wenn wir reden über Spielsituationen, Bärl und so, und vor allem der Kampf für beide Torlinie, dass man ganz deutlich und starker Leistungen gemacht hat. Und das ist der Grund. Wir waren einmal richtig für die Torhüter und hatten die Schrein gemacht, dass wir ein Tor geschossen haben. Aber du musst dort jede Wechsel gehen, wenn du kommt in Angriff und vor allem in Powerplay, und da muss die Schuss durchgehen von Pointen. Aber das war eigentlich besser in allen Bereichen, muss ich sagen. Welche Erklärung dafür? Nein, eigentlich nicht, aber eine Erklärung ist, dass der es besser geschafft hat, der Breakdown wieder. Da hört man ein ganz tolles Ende an. Der hat auch zwei Spiele später gespielt. Vielleicht ist das ein Grund dann. Trotz der letzten sechs Tage, die es trainiert hat, hat es sehr gut funktioniert. Und so ist das. Das ist so in diesem Spiel. Terme ab und so, dass das nicht funktionieren und da auch die Gegner hat das gut gelöst und viel Druck gemacht. Und wir waren in einer Phase heute, wo wir nicht schaffen diesen Druck und finden die richtige Pässe dann. Oder die Pässe waren nicht genug genau dann. Aber das ist so wichtig, es ist so wichtig. Vielen Dank.